Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und gestern haben wir meine App an diesen Typen verkauft Alles ist weg, alles, meine Möbel, meine Wertsachen Hier haben wir euch nochmal die Regeln aufgeschrieben Ey, du hättest keinen Tag ohne deinen Scheißhaus 100 Tage? Ich hasse nicht mehr aus Nehmt der Tag denn gar kein Ende? Es ist ein Viertel vor neun Jeden Tag um Mitternacht dürft ihr euch eine Sache zurückholen Alter! Ihr macht was? Das ist eine Wette 100 Tage ohne Konsum Seid ihr so Ökostreusel? So eine richtige Frau, eine mit Charakter Die kriegst du gar nicht, weil die riechen 100 Meter gegen Wind Das mit dir was nicht stimmt Hallo? Äh, ich würde nur ungern das Stadium überspringen, wo du noch ne Hose trägst Du kannst einfach nicht allein sein Hallo, Dana! Paul, ich hab dich vermisst Aber wenn ich Sachen kaufe, um glücklich zu werden Was heißt denn das dann im Umkehrschluss? Dass du nicht glücklich bist Ich will, dass es endlich zugeht! Ich weiß nicht was! Wo warst du denn? Was war denn so wichtig? Äh, Ronny, das mit den Regeln, das muss man ja nicht so penibel sehen So, der muss dann auch mit Die тут warst du denn? So, der ist ja so eh Und dann hab ich mich jetzt Was warst du denn? Wir haben jetzt aufgesorgt